Na dann, Prosit! Das ist sehr komisch. Prosit, kommen Sie hier, können wir trinken gehen gemeinsam? Du wolltest eigentlich jetzt weg. Ach so, ja, ja, los. Bohle kommt erst am Schluss. Ja, ja, ja. Ja, sprechen, hören Sie mal auf zu... Können Sie mal aufhören zu lallen? Was ist denn los? Von einer Bohle? Hören Sie mal auf zu lallen von einer Bohle? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Je heißer die Temperaturen, umso stärker wirkt doch der Alkohol. Ja, ja, aber gut. Nehmen Sie sich mal zusammen, Hudson.